Was ist? Klo. Loll. Ja aber One-shot. Also, go! Direkt gerade runter. Musst du nur 1 auf K machen, wir haben einen Houston. Oh loo, da kommen noch viele. Wande zu uns. trotzdem das haus ist doch alle mehr ist mir nicht alle drei jetzt dann sind da wahrscheinlich noch mehr der ist instant um voll alter und auch da rucksack der kacob auto auf range alles klar der war auf deiner seite drüben aber wie er drin hängt der hat glaube ich auch eine akm gehabt hinter dem berg wenn man nicht diese vorne dran nicht ja ich sehe wir rennen gerade runter auch herzlich habe ich es auch gesehen wir stehen junge hatten jetzt wenn wir gerade der baum im weg ist über den hügel sogar noch ich brüche dass wir gehen wenn wir als erstes noch nicht aus den zweiten was er es hat er ja was hat alter diese border wir bleiben auch noch nächste drinnen wir sind ziemlich zentral ja sogar längst von uns rennt an und jetzt blöd er wollte er holt uns später selber was echt hier wohin zu Wessner! Dürfen zum Gutsch hier? Nein, er hat einen Hitz, glaube ich. Ah, jetzt sehen wir noch mehr. In dieser Schiss. Unter uns? Ja. Das Brennste, das Brennste, das Auto. Ist ausgestiegen? Ja, habe alle beide. So ein Lappen. Schau mal, ob der eine Ei hat für mich bitte. Der hat eine Arkei-Monot. Hat der einen Lager gehabt, das habe ich nicht geschaut. Nein, hat kein taktisches Lager. Auf dem Berg um ist der SKS? Ja. Was läuft, das Auto brennt. Hat nur eine M16 gehabt, die will ich nicht nehmen. Die SKS wird zu uns. Warte, wo ist die neue Border? Schau mal, die neue Border. Rechts von uns. Warte bei uns vorbei. Bleib neben uns stehen. Warte. 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 Links von unten. Von unten. Medik mich kurz. Ich auch. Die Buschen ist sicher hoch. Das ist vor mir am Baum auch noch. Ah ja. Der zweite ist da unten, oder? Der zweite ist da unten, oder? Ja. Vorder nämlich. Renn, renn, renn. Nocken. Ich habe einen ausgenockt. Lol, nice. Renn jetzt, renn jetzt. Ja, ich bin schon dabei. Wir legen uns dort kurz hin, boosten uns voll. Jo, ich bin voll geboostet. Okay, nice. Dann renn gleich weiter. Ja. Aber sie hätte sie nämlich nicht. Wisst ihr? Wo ist er? Genau dazwischen, die zwei Steine. Ich guck genau gerade auf ihn hin. Dazwischen drin, hörst? Ja. Samed auf mich. Heavy samed auf mich. Das ist passiert. Nächste Border. Ich hole die hoch, dann... Wir müssen direkt noch weiter rennen. Ja. Du medikst die und dann go weiter. Ja, ja. Neben uns war noch mal zwei. Aber die habe ich mal aus als Sicht gelassen. Ja, ich gehe hinter ihm, spray voll auf ihn drauf. Und nichts passiert. Er kriegt einfach nicht. Wir kennen das Auto, sonst du vorne nehmen. War wahrscheinlich sogar gescheiter. Weil wir haben nicht mal viel Zeit. Dich umfahren bitte. Echt, jetzt haben wir die Kilos hergemacht, und ich denke wir so was da fackt, ey. Oder offenes Feld, also wirklich da fackt. Alter, gar nix. Fack, Alter. Die Border kommt, die müssen move'n, leg dich hin, wenn geht. Bei uns fährt ein Datscher grad vorbei. Der hält dich genau hinter uns, scheiße. Müssen zu uns kommen, ne? Sauf, der ist direkt da, dann neben uns. Ja. Haben wir den ausgenommen? Der hat einen Dreier hin, Mann, ne? Nein. Stort, nice. Der hat einen Dreier, wer ist der? Der hat einen Full-Dreier, eh. Der hat einen Full-Dreier, eh. Ja, ja. Das war so. Der hat einen SKL. Wir werden wieder gesmoked. Oder derartige, worauf ich weiß es nicht. Links waren auf jeden Fall noch irgendwo bei, ja. Ich seh's. Der hat einen Hit. Jetzt die anderen noch da irgendwo in der Smoke drüben. Hat einen Hit. Wo ist der Zweiter? Weiß es gar nicht. Hinter uns kommen wir dabei, hä? Da, wo die Border ist. Da irgendwo da links. Das ist fast keine Falle. Oh, oh, oh. Wo ist der? Weiß es nicht. Hab ihn. Nice, nice, nice. Das war der hinter uns, ne? Ja. Da vorne muss auch noch ein kleiner sein. Hab ihn. Nice. Fertig, hab ich ja. Oh, sehr schön. Jetzt müssen wir da rüber, Alter. Ja. Da drüben war noch Player. Lass mal gegrieft gehen. Wir haben da einen schönen Push. Die werden sicher irgendwo drin liegen. Pass auf. Fucking offenes Feld, Alter. Du bist drin, ne? Ja. Nimm nur meinen Pain-Killer. Guck mal hier. Warte mal, einer ist da irgendwo rechts gerannt. Au, 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 au. Ich weiß nicht woher. Hab ihn. So, einer noch. Einer noch, ja. Bleib, 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 bleib so. Jetzt glaub ich ziemlich was kann, was du da gerade machst. Ich hör's drauf. Leckst die gleich. Kein und mehr leckst die. Ja, ja. Oh. Oh. Boah, das ist nicht so schlecht. Vielleicht kann ich immer einen Headshot machen. Okay. Okay. Bei ihm mit da nicht. Mal schauen ob da drum safe ist. Der wird irgendwo doch. Ein gutes Kanon-Futter. Ich seh. Wo? Äh. Scheiße, wie soll ich das jetzt sagen? Ach so, da, ich halb. Robin. Nice, 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 nice. Passt. Winner, Winner, Chicken Dinner. Ja. 1. Runde, 1. Win. 13 Kills und du? 6. 19 Kills du, alter.